Ich wusste es doch. So, äh, wo sind wir jetzt hier? Es ist ein bisschen doof, dass es keine Einstiegspunkte direkt gibt. Ah, von... Das war von hinten, oder? Ja, doch, von hinten. Das ist dann wieder beim alten Thema Rückendeckung. So, der ist tot. Hier war aber noch einer, ne? Äh, Rakete? Wart, 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 wart. Oh, nicht noch runterfallen. Nein, nein. Orbitalangriff. Weg, 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 weg. Ich dachte schon, hier oben kommt die dicke Artillerie runter. Nein, nein, nein. Boah, das war knapp. Puh, puh, 13 life. Der hat aber auch eine coole Waffe. Okay. Hier liegt irgendein Power-Up. Das holen wir uns mal fix. Was ist das? Eine Karten-Erneuerung. Kein, das war toll. Nicht benutzbares Power-Up. Bin auch zu faul, ist hier zum Nachlesen. Okay, der ist weg. Boah, nicht von hinten, nicht von hinten. Geh weg. Folgst du mir? Naja, scheinbar nicht. Nichts. Mist. Eine Rakete. Da kommt eine Rakete. Boah. Scheiße. Voll ans Bein. Oh. Nein. Mein armes Bein. Ich muss auch noch laufen können. Gibt doch morgen Abend Pudding. Dann muss ich auch wieder hinlaufen. Zu meiner Oma, meine ich. Pudding essen. Granate. Dahin. Aber hier werfe ich die einfach so, weil... Warum nicht? Stirb. Hallo. Sieg. Yeah. Mein Kill war der letzte. Ah, wir sind leider ein bisschen zurückgeflogen. Schade eigentlich. Ah ja. Gegen Max Zannik. Rang 6, Rang 7. Okay. Aha, aha. Siegbonus 500. Ja gut, dann fehlt es noch. 13.000. So, Rang 8. Für die nächste Waffe. Dass da hier immer die wieder auswählt. Das ist ja blöd. So. Die Map schon wieder? Na gut. Hm. 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 Ja, überspringen. Ah, ein sonniger Morgen. Mit zwei Sonnen. Sieht schon echt gut aus. Auch wenn man nah rangeht. So, die Texturen, die sehen schon echt richtig gut aus. Kann man echt nichts sagen, ne? So, na dann. Rein ins Gefecht. Auf der Map vorn war man auch richtig gut. Ich konnte das wieder, äh, wieder, wiederholen quasi. Ich geh mal hier aufs Dach. Hops. Schon der Erste entdeckt. Ich glaube, die können hier durchschießen. Von Dart Whisky. Von nun an wirst du einen neuen Namen tragen. Dart Whisky. War das gerade Michael Schumacher? Gut. So, ein Power-Up. Das nehme ich doch gern. Hm. Toll, das komme ich hier nicht mehr durch. Ähm. Da oben ist irgendwer, ne? Warte mal. Gehen wir doch direkt mal hin. La, la, la. Hier ist ein Schildgenerator. Oh. Na, komm rein. Komm. Hahaha. Hast du dir so gedacht, hä? Oh. Hm. Mist. Hm. Okay. Okay. Gehen wir mal hier lang. Ist ein bisschen unübersichtlich, wie man hier hoch und runter kommt. Das gefällt mir nicht so gut, die Map eigentlich. Wobei sie, die ist schon schick. Aber ist halt sehr, sehr unübersichtlich mal wieder. Na, komm. Hoch da. Ah, so. Da hoch. Und da hoch. Der ist weg. Der kill noch gestohlen hier. Ach. Wieder die mit ihren Blastern. Die hauen so rein. Das ist unglaublich. Das gibt's doch nicht. Also Blaster sind ja, das sind ja diese kleinen Pistolen-Dinger, ne? Diese kleinen, wuseligen Mist-Dinger. Was ist das denn? Warum wurde der Akku leer? Bestimmt ein Samsung-Akku. Gut. Ähm. Hab dich gesehen. Und dich hab ich nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt tot. Der ist gut. Der Iron Hill. Iron Hill. 13. Ich hoffe, der ist nicht wirklich 13. Ich will mich nicht von jemandem abziehen lassen, der halb so alt ist wie ich. Wir haben die Oberhand. Ups. Wobei es ja erstaunlich ist, dass teilweise... Granate. Hab niemanden erwischt? Was? Oh. Ah, ich hab ihn noch. Haha. Ich hab ihn noch bekommen. Ja. Äh, was... Ich wollte gerade irgendwas sagen, ne? Ach ja. Es ist eigentlich erstaunlich, dass... Äh, wenn man sich mal so Champions-Chips anguckt von... Keine Ahnung, von irgendwelchen Games. Äh. Was hält man da erstmal ein? Zum Beispiel LOL oder so. Oder auch Counter-Strike. Oder was weiß ich. Irgendwelche... Bekannteren, größeren Games. Ach. Dann ist es immer wieder erstaunlich, dass gerade die jüngeren Leute da unheimlich gut teilweise sind. Also nicht immer. Aber teilweise halt schon. Ich glaube, die steigern sich... Also einige steigern sich da auch dann zu sehr rein. Bist im Weg. Ähm. Alter, ich hab... Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Wat? Wieder so'n Blaster. Ich brauch den auch. Die sind langsam, aber die machen unheimlich viel Damage. Unheimlich viel Damage. Ha ha. Ha ha. Ist der tot? Und? Nö. Jetzt aber schon. Ha ha. Ha ha. Heilen, 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 heilen. Mist. Hier. Aber es war auch der A-Elf. Na gut, er hat doch nur ein Headshot gelandet. Wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Ey, Prinzesschen. Lass mal stehen. Ich treff die nicht. Alter. Aber ich sag euch, das liegt nicht an mir zwingend. Das liegt auch einfach an der Scheiß-Map. Auf den anderen Maps war ich echt besser. Hm. Oh, den wollte ich gar nicht werfen. Ja, dies war Kaku hier voll ab. Wobei 9-11 geht immer noch. Also verglichen mit sonst ist das gar nicht mal so schlecht. Na komm. Ja, ich mag die Map nicht, weil die ist so mega unübersichtlich. Ich weiß auch nicht. Oh. Ja. Guck's dir an. Scheiße. Wir machen danach mal eine größere Map. Was mit Fahrzeugen hätte ich gerne. Bisschen Abwechslung hier reinbringen. Dieses Let's Play. Ach, das ist ein Druide. Ach. Ach so. Ein feindlicher Druide. Egal. Lassen wir es einfach hier über uns ergehen. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Ach so. Hab dich. Wird ein bisschen konzentriert spielen jetzt. Ich quatsche zu viel. Aber ich muss ja quatschen. Ist doch langweilig sonst. Das war knapp. Puh. Kurz heilen. So. Dann haben wir doch wieder ein bisschen aufgeholt. Ach. Hier. Dieser scheiß. Kleine Kackblaster. Oh. 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 Ah, hab ich aber noch bekommen. Siehste? Geht doch. 16 zu 15. Naja. Dachte also mal nix. Niederlage. Genau. Gut. Aber das gibt uns jetzt die Chance. Ah, 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 ah. Wir gehen mal hier raus. Beenden. Ja. Star Wars Battlefront. Machen wir mal kurz hier. Die manchen Sperren, der hier rumspammt. Wegen Werbung. So. Okay. Ähm. Bla, bla, bla. Was gibt's denn hier? Kampfläufer, Angriffe. Oder wir machen eine Jägerstaffel. Da muss ich aber meinen Control holen. Einen Moment eben. Jetzt weiß man nicht, welcher hier der richtige ist. Ähm. Warte mal eben. Einen Moment. So. Müsste doch es hier eigentlich funktionieren. Wieso geht denn jetzt der Controller nicht? Ich will das, äh, wenn, dann will ich das schon machen hier mit dem... Eingesteckt ist es aber... Ja, eingesteckt ist es. Hm. Achso. Ach, ich weiß warum. Einen Moment. Ich muss ja aufs Klöpfchen drücken. Klang, klang, klang. Ihr habt's gehört. Und damit kann ich jetzt hier hoffentlich... Wir machen mal Jägerstaffel. Müsste ja jetzt eigentlich ja funktionieren. 3, 2, 1, ja, wir starten mal. Ich glaube, ich muss das dann extra einstellen, dass ich mit dem Controller spielen will.